Da hinten in den großen Ecken sind alle möglichen Urteile auch in dem Museum, genau. So die Meilensteine, die Geschichte. Boah, das ist alles das Werk hier, oder? Genau. Wenn Sie einmal so rumgeschaut haben, fange ich dann mit Ihnen zur Ausstellung an. Ach so, da erzählen Sie noch mal was. Ich erzähle noch was. Ah, da steht ein Tigor in den Weiß. Guck mal, Tigor in den Weiß. Nee, die Karels wollten den noch haben. Schau mal, da kannst du zugucken gerade. Aber ein Weiß finde ich nicht so muslig. Muslig? Also ein Weiß ist einfach eine blöde Autofahrer. Ja, aber so was anderes. Und den Kau finde ich ihn noch ganz schön.